So, da sind wir wieder bei Let's Play Half-Life 2. Wir müssen uns jetzt hier durchschleichen und irgendwie schnell zu unserem Squad kommen, das auf der anderen Seite ist. Und müssen durch diese eckhafte Gülle durch, die wir alle so sehr mögen. Und natürlich auch kein anderer... Alter... Ich habe hierzu gar keinen Bock drauf. Ah! Geht's denn hier lang? Äh! Alter! Hier war noch einer. Alter! Scheiße! Hilfe! Alter, wie soll ich da durchkommen? Bäh! Ekelhaft! Einfach nur ekelhaft! Schachtgang! Power. Leck mich. Ha, geschafft. Na, ich kann das. Ich hoffe, wir müssen die nochmal da durch. Hallo? Na, ich dachte, da wäre was. Hey, es ist ich. Öffne die Tür. Ha, ha, das glaubst du nur du? Na gut, weil ich so freundlich bin. Ha, ha. Ich sehe, du hast es gut gemacht. Ich dachte, du würdest es. Pech. Ja, mein Arm ist gut. Es tut mir so leid. Warte mal, Dr. Freeman. Ich komme mit dir. Dr. Freeman? Warte mal, dr. Freeman, ich sage, wir kommen. Ich komme mit dir. Ich komme mit dir. Nichts mehr zu fressen im Haus. Wir sind erledigt. Kein Wasser mehr. Wir sind noch erledigter. Obwohl wir fressen, wichtiger ist. Er ist tot. Ach, nee. Werden sonst? Wir haben sie gleich mal so eins rausgeschnitten. Schnippelt. Irgendwas. Jetzt schnappen wir uns noch die letzten Vorräte. Wann wird es alles enden? Ich dachte gerade, was sollen das für wir? Meine Stimme ist so ekelhaft. So ekelhaft tief. Hallo, es ist Rinio. Was war das? Verbreitung dein Leben. Vorher in den Rücken. Noch einer. Du glaubst, du kommst gegen einen Gordon Freeman an? Ich lach mich schlapp. Was die verdenken, diese Typen? Hä? Oh, du hielst weiter. Blöder Sack. Was will die? Geht sowas von gar nicht weiter, oder? Oh. Ja, das sollte dir auch leid tun. Lass mich durch, du. Juh, Täter. Du bist kacke. Hörst du, Täter. Ist hier noch irgendwo was, irgendwas? Hä? Ach, hör. Was ist denn los mit euch? Habt ihr nicht mal alle Tassen im Schrank? Hätt er, nee. Ach, nee. Ach, nee. Alter. Piss dich. Alter. Alter. Scheiße. Dieses... Ihr macht hier nischt. Alter. Das blöde Vieh. Alter, nee. Wieso gehst du zuerst? Unter mit euch. Tot. Ey, ihr auch. Oh, nee. Das Feuer sieht von oben mir ein bisschen komisch aus. Wow. Alter. Ne, den Frieden trau ich nicht. Das können die so aus dem Verjessen. Ich bin da! Der hat wieder überlebt. Alter, diese fetten... Die sind richtig kacke. Hier dann... Nicht hoch. Kannst verjessen. Oh! Überraschungskisten! Was verbirgt sich da hinter? Oh! Genau, was ist hier los? Was ist hier los? Das brennt! Wofür haben wir einen Doktor? Alter, lass mich durch. Wie das? Halt das Medikit! Dr. Freeman, ich komme mit dir! Mache das. Wenn du unbedingt verrecken willst, kannst du das ruhig machen. Jetzt bin ich dran! Ja. Im eiferlichen Gefecht eine Granate schmeißen, die einen sowieso trifft, ist sowieso sehr sinnvoll. Und sowieso überhaupt sich so... Ah! 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 Ich schwär nicht mehr! Ah! Ich habe mein ganzer Körper irgendwie so drück.. Diese Viecher sind so ekelhaft. Ich feindel diesen Part erstmal hier. Bis denne! Ciao